Liebe Hamburger, wichtige Nachricht an euch, die Karten in der großen Freiheit werden echt knapp. Es gibt wirklich nicht mehr viele und es wird kein Zusatzkonzert auf dieser Tour in diesem Jahr geben. Also wenn ihr genau einen Monat vor Weihnachten nochmal mit uns feiern wollt, erholt euch jetzt die Tickets und zwar schnell. Und dann sehen wir uns da. Also bis dahin, ciao!